Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Pflanzen gegen Zombies 2. Und ja, wir werden heute versuchen, unsere epische Quest zu Ende zu bringen, die wir letzte Folge angefangen haben. Und gleichzeitig wollen wir natürlich die Piñata Party spielen. Nur so zur Info, das ist nicht die Piñata Party von heute, das ist die Piñata Party von gestern, weil ich so quasi, ja, einen Tag vorher aufnehme, bevor sie hochgeladen wird. Und deswegen, wenn ihr diese Party spielen wollt, dann ist die leider schon vorbei, weil die ist von gestern. Und wir dürfen Vasenbrecher spielen, finde ich gut, weil das hat ja auch geheißen, so hey, Vasenbrecher und so. Okay, ich sehe schon, ich sollte vielleicht doch als erstes mal hier sowas aufmachen, weil irgendwie kam da nicht so viel bei rum. Ein Dünger, toll. Ein Dodo, toll. Ein Wieselfieh, toll. Kriegen wir auch mal was, was Schaden macht? Danke. Wir werden das Level nicht schaffen, die Piñata Party. Ja? Houston, we have a problem. Ich mach jetzt einfach alles auf. Ist auch schon wurscht, ey, ohne Scheiß. Stirbt das Dodo bald mal? Wir werden diese nicht schaffen. Keine Chance. Was ist das denn? Okay, können wir neu starten? Ja, bitte. Was ist das denn für eine... Boah, die ist ja gemein. Da hast du ja überhaupt keine Chance, überhaupt irgendwie an Pflanzen zu kommen. Okay, ich mach das jetzt ganz langsam. Also, wir machen das erste auf. Jetzt weiß ich zumindest schon mal, was drin ist. Oh, diesmal wird's leichter, toll. Ernsthaft? Diesmal hab ich mehr Glück. Diesmal hab ich echt mehr Glück. So, der Dodo glaubt jetzt erst mal dran. Solange mach ich schon mal die nächste Verteidigung weiter. Seht ihr, was wir jetzt plötzlich für ein Glück haben? Oh? Dodo tot. So, jetzt kommt das Wieselfiech. Das ging schnell. Aber die Wiesel, die dürften eigentlich auch nicht lange leben. So. Und nochmal ein Dodo. Jetzt haben wir plötzlich voll glückt. Was soll das denn? Oh, das ist gemein. Oh, der hat schon voll die Löcher im Federkleid. Oh, das war's. So, der nicht. Ah, und? Und? Das ist das erste Loch. Das ist das zweite Loch. Da werden die Löcher größer. Lomp und weg. Sehr schön. Mal da mal hin. Oh. Oh, Mann, das ist jetzt hier schön langsam und gemütlich. Wir wollen das ja schaffen, das Level hier, ne? Immerhin haben wir tausend Münzen dafür bezahlt, dass wir's nochmal machen dürfen. Gemeinheit. Ja. Okay, Wiesels. Alle Wiesels tot. Yes. Nice. Und nochmal einer. Ja, wird allmählich gefährlich, weil wir immer weiter vorne starten. Ja, aber meine Lenkdistil kann das. Oh, noch eine. Sehr schön. Oder Distel. Manche sagen ja Distel. Ah, ich weiß das bis heute nicht. Ich sag immer Distel. Das ist so... Das hat jeder bei uns gesagt, wo ich aufgewachsen bin. Ist vielleicht auch ein bisschen, ähm... Aufgrund vom Dialekt her. Eventuell. Weiß ich es nicht. Noch eine. In Wilk. Okay. Okay. Oh, ja gut. Flump. Und weg. Und so. Noch eine. Oh, die kann man hier hinten setzen. So. Jetzt hier. Komm. Zack. Einfach alles raus. Miau. Ja, die Pflanzen sind so stark. Die schaffen das auch so ohne Probleme. Ja. Jetzt zum letzten Endes haben wir es ja dann doch noch geschafft. Na also. Geht doch. Okay. Äh. Sprössling. Power Stromstoß. Und fünf Edelsteine. Naja, ob sie das jetzt gelohnt hat, weiß ich nicht hundertprozentig. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist diese Pflanze, die es momentan gibt, die puste Blume ja scheinbar eine Diamantenblume. Das finde ich gut. Ihr könnt euch die für Dias holen. Ich meine, es ist ein Rückkehrer. Es ist keine neue. Aber wer halt die damals nicht holen konnte, der kann sie sich jetzt vier Diamanten holen. Und das ist ziemlich episch. Apropos episch. Epischer Auftrag. Level 6 bis 10. Würde ich gerne diese Folge durchbringen. Also gucken wir mal. Und ich bin gespannt, ob dann gleich ein neuer Auftrag kommt. Ich weiß es nicht. Bowling Level. Die Zombies haben Wipp von unserer Edelsteine-Aktion gekriegt, Benutzer Dave. Sie wollen uns vom Meer aus angreifen. Das werden wir ja sehen. Bowling Knoll, los. Sie hauen uns vier der Speziallevel rein. Das ist interessant. Naja, wir müssen sie dann wenigstens nicht suchen. Weil wenn wir jetzt sagen würden, ich will nicht immer die ganzen normalen Level machen. Ich würde das ganz gerne mal wieder, keine Ahnung. Ich würde das Bowlen gerne mal wieder spielen. Oder ich würde das mit den Kanonen mal wieder gerne spielen. Dann musst du erst mal in diese Welt reingehen und suchst dir halt erst mal einen Wolf. Also von daher ist es für einen gar nicht mal so schlecht. Damals war es halt so, wenn du mehrere Zombies getroffen hast mit der Bowling Knolle. Wobei, ja dann hast du halt auch Münzen bekommen. Sobald du zwei getroffen hast, eine kleine, sobald es drei waren, ein bisschen mehr. Das war immer ganz nett. Gut, das ist hier leider nicht mehr so. Schade. Hat es den unter Wasser jetzt eigentlich auch getroffen? Ja, hat es. Den trifft man also auch damit. Sehr gut. Gut zu wissen. Aber ich glaube, er hält mehr aus, wenn er unter Wasser ist. Tatsächlich hebe ich mir die mal noch auf, wenn es brenzlig wird. Dann setze ich sie ein. So lange hebe ich sie mir auf. Zum Beispiel jetzt würde ich eins theoretisch benutzen. Ich glaube, das mache ich auch. Muss ich, ich habe keine anderen. Na dann. Weil die räumen halt hier gewaltig auf. Ja, deswegen will ich die mal so ein bisschen aufsparen. Ja. Die Wichte halten viel aus. Das ist krass. Die Wichte halten sehr viel aus. Miau. Oh, ihr seht ja, wie das Ding aufräumt. Das ist der Wahnsinn. Ich habe damals sogar auch immer gewartet, bis sie über die Linie sind. Bei Pflanzen gegen Zombies eins. Weil, ähm, ja. Weil du ja im Nachhinein ja auch noch Schaden machst. Du machst ja nicht nur diesen einen Zombies Schaden, sondern er prallt ja dann immer ab. Deswegen habe ich die mal nach vorne kommen lassen. Das hat mich tatsächlich am meisten gebracht. Weil du halt mit einer Kugel weitaus mehr Zombies Schaden machst, als wenn du gleich ganz am Anfang schon versuchst, die zu erwischen. Na, den machen wir jetzt so weg, weil, weil jetzt nervt es mich. So. Kommt noch eine kleine große Welle. Ah, gut, dass wir noch zwei haben. Oh, sogar drei. Dann nehmen wir die doch gleich mal. Oh, wunderbar. Sehr schön. Da hinten vielleicht noch gleich nochmal. Ja, Jack. Hier vorne wieder. Das ist einfach das Level. Ich würde das mal beschleunigen. Sonst sind wir hier noch ewig beschäftigt. So. Wow. Und aufgeräumt. Und da einmal. Und da einmal. So, aber jetzt sollte ich wieder ein bisschen ruhiger werden. Nicht so verschwenderisch umgehen mit den Energiedingern. Ein Diamant. Tatsächlich, äh, verliere ich jetzt, wenn es blöd läuft, der Draßenmeer. Das hat mich ein bisschen, ein bisschen herausgefordert, ne? Jetzt ist es doch mal zwischendurch ein bisschen schwieriger geworden. Naja, kann schon mal passieren. Oh, die hat, oh, die hat sauber erwischt. Ist wohl mehrmals abgebreit. Ey, ich bin immer noch auf schnell. Deswegen. Es wird gar nicht schwieriger. Ich habe nur nicht gesehen, dass es immer noch auf schnell steht. Ei, ei, ei. Bin aber auch ein Noob, ey. Mh, nehmen wir mal das da. Ja, als wäre es ohnehin langsamer geworden. Passt das schon so weit? Für den würde ich tatsächlich jetzt wieder so einnehmen. Du musst noch mal. Ich habe keinen normalen mehr. So. Okay. Okidoki. Wie kannst du das? Oh, wieder beschleunigen. Das ist wieder ein bisschen ruhiger geworden. Ruhiger. Viel, viel ruhiger. Ja. Ja, soviel zum Thema. Dann kommen die Wichte. Oh, aufgeräumt. Wuhaha. Easy. So. Ich glaube, die wollen noch mal so einen haben. Miau. Was ist das denn für Geräusch? Bei der Gargantua. Alter, was machst du für Geräusche, Gargantua? Ist ja schlimm mit dir. Ist ja schrecklich. Ja. Ja, genau. Das wird ein Licht noch mal loswerden. Gargantua, kannst du jetzt mal sterben? Hier, bitte. Danke. War aber auch zu viel verlangen, oder? Mensch, 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 Mensch. Sind das die letzten? Ich glaube, das sind die letzten. Also, wir müssen jetzt nicht mehr spaßig umgehen. Wir können jetzt einfach raushauen. Raushauen. Und raushauen. Oh, endlich. Ich will keinen Rasenmäher verlieren. Meine Güte. Das ist dann so schwer zu verstehen, Spiel, dass ich keinen Rasenmäher verlieren will. Ja. Oh, wunderbar. Das letzte Energiekügelchen hat gewaltig aufgeräumt. Aber wow, das Level dauert ziemlich lange. Das ist so interessant. Und wir haben nochmal ein paar Wichte besiegt. Das ist gut. Wobei, womit wir ja damit die andere Quest noch erledigen. Wo wir die Wichte töten müssen. Okay. Heize den frostigen Feinden aus der Eiszeit ein. Okay. Ah. Mal gucken. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Okay. Mit den vorgegebenen Pflanzen sollen wir überleben. Haben wir komplett vorgegebene oder nur ein paar vorgegebene? Komplett vorgegebene. Okay. Auf alle Fälle nochmal Sonnen. Ah, wir dürfen die Feuerpflanze benutzen. Ja, finde ich gut. Die brauchen wir aber auch in dem Level. Da müssen die anderen Sonnenblumen auftauen. Unbedingt. Ja, das soll erst mal vorlatschen hier. So. Jetzt machen wir erst mal schon Schaden hier. Die macht ja auch guten Schaden. Bin am überlegen, ob ich das Grillwürstchenkostüm aber runternehme. Weil ich finde das irgendwie ein bisschen affig, leider. Mhm, 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 mhm. Könnte ich ja noch überlegen. Wie wird die da hinpacken? Weil der jetzt eh gleich darüber geschickt wird. Ich glaube, ich habe mal mehr davon. So, die Sonnenblume ist noch nicht aufgetaut. Gleich gucken, dass wir die gleich noch auftauen. Ja. Den schon mal ein bisschen vorschädigen hier. Kann nicht schaden. Hier würde ich die mal kurz aufhalten. Das wäre ganz gut. Jetzt müssen wir unbedingt schauen, dass wir hier mal noch hinpflanzen. Damit die Sonnenblume hier bald mal aufgetaut wird. Damit wir noch ein paar mehr Sonnen bekommen. Kann auch mal eine Rotorübe benutzen. Dann würde die nämlich hier auch schon mal auftauen. So, wir holen uns jetzt hier die Extrasonnen. Dünger für die Extrasonnen. So. Den halten wir da mal auf. So, jetzt ist die Sonnenblume nämlich auch gleich aufgetaut. Nicht nur, dass sie abgeschossen wird, es wird auch aufgetaut. Sehr schön. Rotorübe auch noch in Stellung bringen. Die macht nämlich sehr guten Schaden. Meiner Meinung nach. Aber eine Feuerblume würde ich gerne noch einsetzen. Eine wäre schon noch ganz nett, wenn ich noch hinbekommen würde. So, jetzt sind wir. Den Rest einfach mit Rotorüben vollklatschen und fertig. Dann dürfte das Level eigentlich keine große Kunst sein. In der Theorie. Und die Nüsschen dann vielleicht weiter hin. Also hier in diese Linie vielleicht am besten. Dann müssen wir da eigentlich, denke ich, ganz gut klarkommen. Beschleunigen wir mal. Und schauen mal, ob wir uns das erlauben können, hier so schnell ablaufen zu lassen. Aber normalerweise dürfte es kein Problem sein. Oh, jetzt kommt der. Das könnte spannend werden. Ja, die müssen wir mal stoppen hier. Ja, vielleicht ist es doch gut, dass ich hier noch keine Nüsschen habe. Weil die wären ja hier knallhart überrannt worden. Rotorübe, do your thing. Brauchen mehr Damage. Mehr Damage ist mehr Damage ist mehr Damage. Brauchen viel, viel mehr Damage. Ja, aber jetzt fängt es allmählich an, guten Schaden zu geben hier auf den Lanes. Jetzt allmählich, doch, doch, doch. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Was den Schaden anbelangt. Gehen halt mal auf, dann kann er nämlich nicht mehr weiterschieben. Bisschen gemein, nicht wahr? Ah, holen wir uns die Extrasonnen. Ich will nicht den Extraschaden holen. Wir holen die Extrasonnen. Lieber pflanze ich eine Pflanze mehr, als dass ich jetzt hier einen Düngereffekt gehabt hätte auf irgendeine der Pflanzen. Nee, nee, das passt schon so. Extrasonnen ist uns mehr geholfen. Ich hätte auch eine zweite Reihe Sonnenblumen machen können, aber nee, das passt schon so. Oh, wir machen ein bisschen verlangsamen. Oh, sehr schön. Da. Die können wir schon mal weglucken. Nee, ich kann die nicht weglucken, solange die eingefroren ist. Interessant. Es gibt nämlich auch nochmal Sonnen. Ah, jetzt habe ich hier extra Nüsschen hingepackt. Gemeinheit. Gut, die werden jetzt endlich gestorben. Na, da kann ich jetzt nichts machen. Das Nüsschen wird jetzt gleich dran glauben. Ach, warte mal, der schiebt... Zerstört der jetzt das Nüsschen oder schiebt er die jetzt nach hinten raus? Ah, wir machen es einfach so. Und dann packen wir da jetzt das da hin. Aha! Und kann er nicht so weiterschieben. Muhahaha! Boah, sind wir gemein. So, beschleunigen das Ganze, weil es läuft nämlich gerade so schön. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Das ist das Einzige gerade. Ich habe meine Maus nicht mehr gesehen. Von lauter Effekten. Überall Effekte. Ah, easy. Easy, easy. Es läuft wirklich verdammt gut gerade. Ja, ich sage ja, die Rotorübe, ich glaube, die macht einen verdammt guten Schaden. Oh, da hat eine Rotorübe dran glauben müssen. Rotorübe. Rotorübe. Ich habe sie zwar, aber man sieht sie halt so gut wie nie. Und deswegen zeige ich euch da lieber mal den Bühne-Effekt. Damit ihr den halt auch mal gesehen habt. So. Ja. Es war jetzt gar nicht mal so schwer. Wenn ich zu sagen, war das sogar ziemlich einfach. Na ja. Okay. Ist in Ordnung. Wichte waren da jetzt dabei. Ja. Und weil wir haben nur noch 144, die wir töten müssen. Nur. Nur. Julia, du bist lustig. Nur. Das ist nicht nur. Aber hey. Ähm. Punkte bekommen wir aber keine, ne? Also das ist... Wir bekommen nur Diamanten. In Anführungszeichen nur. Aber keine Punkte. Das ist auch schade. Na gut. Ähm. Das ist so ein stinknormales Level. Na dann. Ich finde die Sonnenblume mittlerweile sehr gut. Wir brauchen Pflanzen, die von vorne angreifen. Dann nehmen wir die da. Wir brauchen Pflanzen, die von oben angreifen. Ich nehme die mal mit zusätzlich mit, weil ich die ziemlich... Ach so. Na ja. Ich will nicht wieder Premium-Pflanzen mitnehmen. Premium-Pflanzen können wir dann demnächst mal wieder mitnehmen. Pflanze, die von oben angreift, wäre die da. Die hat einen Düngereffekt drauf. Nehmen wir die da. Kann ich eh mehr gebrauchen. Ähm. Dann nehmen wir Stachelkraut mit. Und das da mit. Das größere Stachelkraut vielleicht noch. Und los geht's. Nüsschen brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Nüsschen. Alles gut. Nüsschen werden einfach überbewertet. So. Und beschleunigen. Dann wird's... Zum einen geht's schneller vorbei. Und zum anderen wird's schwieriger. Okay, ich beschleunige doch nicht. Ich hab mich umentschieden. Hab mich voll umentschieden und so. So. Kann man schon mal da anfangen. Naja, war aber eigentlich blöd, dass ich das jetzt schon gesetzt hab da hinten. Ehrlich zu sein. Kannst du dir mal einbuttern? Bitte? Danke. Geht doch. So. Nein, 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 nein. Oh. Aber den Zwei ist dafür jetzt. Ha. So. Mhm. Die würde ich jetzt mal in die Luft sprengen. Ich glaub, das wär ganz gut. Ich hätt das W-Blatt mitnehmen sollen. Ich hätt definitiv das W-Blatt mitnehmen sollen. Das wär jetzt Gold wert gewesen. Hier nochmal aufhalten. Lass die ein bisschen langsamer werden. Ha. Sehr gut. Und nochmal so. Oh. Na, dann lassen wir hier Rasenmäher drüber rollen. So. Den kann ich grad nicht schaden. Ich weiß, wir nehmen die hier hin. Schaff ich nicht mehr rechtzeitig, ne? Abam. Ha. No. Das W-Blatt. Ich, äh, ha. Komm, wir starten das Level nochmal neu. Ich glaub, das wird so nix. Das wird so nix. Level neu starten. Ich glaub, wir schaffen doch nicht alle Level in der Folge. Das heißt, wir werden die anderen beiden dann einfach nächste Folge noch machen. Ähm. Ich würde das hier rausnehmen. Und würde stattdessen... Also das W-Blatt auf alle Fälle brauchen wir definitiv. Das haben wir ja schon festgestellt. Das heißt, da ist das W-Blatt. Es schadet zumindest nicht, wenn wir es dabei haben. Und ich würde auch das hier rausnehmen. Und stattdessen, äh, das hier mit reinnehmen. Ja, damit glaub ich, laufen wir besser. Und Sinn ist es, denk ich, dass wir so viel wie möglich verlangsamen. Für das haben wir auch diese Pflanze dabei. Die uns zusätzlich ja hier drauf Sonnen gibt. Wenn wir sie auf eine dieser Flächen setzen. Ah, die Musik von dieser Welt war halt einfach richtig toll gewählt. Na, das hat richtig Spaß gemacht. So. Angst aber machen. Dürfen ruhig ein bisschen eher explodieren hier, die beiden. Damit ich die nicht übersehe. So, Schaden. Die ersten schon mal schauen, dass wir die schon mal erwischen. Ah, siehst du mal, da hat es den gar nicht mit erwischt. Ist ja doof. Aber wir können hier wieder... Ah, da erwischt es nur den einen. Verdammt. Mal gucken, ob es den anderen wicht wenigstens. Der auch noch gleich down geht. So. Ja, der dürfte gleich dran glauben. Spätestens jetzt hätte er dran geglaubt. Wuhu. So. Wehblatt. Do your thing. Definitiv. Wehblatt Action. Und zwar sofort. Oh, ein Diamant. Sehr schön. Hier mal. Da noch. So, jetzt fangen wir hier mal an, nach hinten zu schubsen. Fangen das hier schon mal an. Packen das da schon mal hin. Nutzen da schon mal den Dünger. Dann wird es nämlich gleich mal ein bisschen leichter, weil dann sprengt es nämlich hier schon mal welche weg. Äh. Gehen wir ihn mal weg. Ja, er hat sein Zelt jetzt hier aufgestellt. Sehr schön. Durfte aber kein Problem sein, weil hier können wir jetzt die Schubspflanze hinpacken. Das Zelt will ich loswerden. Deswegen spreng ich da jetzt mal. Wieso? Das läuft gut. Oh, wunderbar. Das hat gerade einen richtig schönen großen Pflanzenschub gegeben. Finde ich super. Nein. Das ist mir egal, dass du da ein Zelt aufgeschlagen hast. Du kommst da nicht durch. So, da nochmal. Warte, der mit der Schaufel, der nicht frontal angegriffen werden kann, wird trotzdem von der angegriffen und weggeschubst. Das ist ziemlich cool. Der wurde weggeschubst davon. Ihr habt das ganz genau gesehen. Oh, ich konnte da nicht rechtzeitig reagieren. Schade. Ja, nochmal eine Schubspflanze in Manier. Bam! Tschüssikowski! Nochmal Diamant. Und Münzen regnet es hier aber auch ohne Ende, ne? Finde ich gut, finde ich gut. Äh, hier sind Viecher, die zu wegwehen sind. Ja gut, es dürfte gleich nochmal mindestens einen Dünger regnen. Ich habe gesehen, da war ein Dünger dabei. Ach, da war keiner dabei. Ach, das war nur einer von denen, die darunter gehangen sind. Achso, na dann ist er auch wurscht. Nehmen wir auch. Da ist der Dünger. Düngerino! So. Ja, jetzt haben sie keinen Spaß mehr hier, die Zombies, ne? Jetzt können sie nichts mehr tun. Kommen halt nicht mehr weit, weil sie zu geschubst werden ohne Ende. Also die Pflanze hier ist wirklich stark. Ich mag sie. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Es wäre cooler, wenn der Düngereffekt nicht wäre, dass sie so eine Salve schießt, sondern dass sie ab dem Zeitpunkt drei Zombies auf einmal nach hinten schiebt. Das wäre besser gewesen. Okay, und wir haben ganze vier Wichte diese Runde besiegt. Wow. Okay, dann fehlen uns also noch zwei. Dann machen wir die nächste Folge, weil die Folge ist doch schon über 20 Minuten lang. Wie machen wir dann nächste Folge? Ja, ich verabschiede mich. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017